Okay, besser gehe ich zu meinem Zuhause und den Flaschdruck holen. Ich denke, dass sein Name ist Evan. Er sieht immer so intensiv aus. Evan's Portfolio sieht immer so uber-pro. Ich würde gerne sehen, dass seine Fotos in da ist. Hey, Evan. Möchtest du, wenn ich dein cool Portfolio aussehebe? Mal sehen, ob du es wert ist, Max. Du musst eine einfache Frage stellen. Wer hat den fameux Falling Soldaten? Quatsch. Na gut, ich kann nicht immer in die Zeit zurückdrehen. Ich habe keine Ahnung. Es muss Eugen Smith sein. Na gut, sie waren beide fameuse Kriegfotografie. Aber du solltest die Unterschiede wissen. Gut, eine falsche Antwort. So, dann, Evan. Sprechen. Hey, Evan. Mal sehen, ob du es wert bist, Max. Du musst eine einfache Frage stellen. Wer hat den fameux Falling Soldaten fotografiert? Wir nehmen dich um Eugene Smith, oder? Dann nehmen wir mal Robert Capa. Robert Capa, natürlich. Ich liebe sein Werk, obwohl die Kontroversie über diese Foto. Mein, mein. Dieses kletete Kind weiß Dinge. Das ist, warum ich hier bin. Leicht eingebildet, aber gut. Schauen wir uns mal an, wenn wir es schon dürfen. Diese Fotos sind großartig. Und Rachael Ambers Gesicht ist mesmerisch. Er ist, dass ich nicht so meine Menschen schaffte, dass ich alleine gut fühle mich. Das ist der Schausch. Ich bin der Schausch. Ich sage ein paar Schausch. Er denkt, er kann Menschen, wie seine Eltern Blackwell haben. Wie er den Vortex-Club hat. Ja, er ist ein schade Stück Arbeit. Du, du kennst ihn? Ich habe ihn heute mit einem Schraub. Was? Gerne? Ich sah ihn heute mit einem Schraub und ging zum Prinzip. Wir sehen, was dann passiert. Du bist mein neuer Hero. Endlich, Karma kommt zu Blackwell. Daniel macht mir das ein paar Freunde. Ich weiß es nicht. Ich hoffe, es macht es nicht schlimmer. Daniel schreibt immer etwas. Er macht mich als ein Extrovert. Was ist denn, Daniel? Oh, hi Max. Could I ask you a question? Would you mind letting me sketch you? I do put my sketches on Facebook, though. Hm. Ach, was soll's. I'd be honored, Daniel. Makes me feel like a muse. Funny, you should say that. I was just thinking about my real muse. Rachel Amber. Hm. You knew her? No, but once she asked me to draw her portrait. Oh, she was a natural. Okay, das ist doch die vermisste. So, what happened to her? There's gotta be a story. She just stopped coming to class. Some people said she ran away. Some say she jumped off a cliff. I just hope she's okay. Hard to avoid her posters all over campus. Kills me to see her sweet face used as a crime photo. Ah, she had a good heart. Okay, why don't you start drawing me? Even though I must be a step down from Rachel. No way. You're a good substitute muse. Was für ein Kompliment. Oh, that's a good posture. Good. Good. Best portrait ever. Schick. Diese Tat wird Konsequenzen haben. No. Hm. Ich frage mich was, ob sie gut sind oder schlecht. Ich habe ihm einen Gefallen getan, aber ich schätze sie auf Facebook. Ich weiß nicht. Es ist alles so schwierig. Jede Entscheidung fühlt sich irgendwie falsch an. Aus irgendeinem Grund. Zumindest nie komplett richtig. Frage. Wo gehe ich jetzt nicht? Sind das ein Jogger? Nur kurz. Ich will, glaube ich, nicht mit denen reden, aber nur kurz mal an. Guck. Kann ich mit denen? Kann wirklich mit denen reden. Können wir mit denen reden? Wir warten. Wir warten noch mal. Okay, springen wir trotzdem mit dir. Hey, da ist Stella. Hey, ich kenne dich. Du bist die neue quiet-Gerl in Jefferson's Klasse. Ist er nicht unglaublich? Okay. so you knew Rachel not really I saw her hanging with the other cool kids like Victoria not my kind of click but I heard insane stories about Rachel okay that's interesting and that's really stimmt sollte Stellungstafel that's so cool that Blackwell is doing a show of Mr. Jeffersons this is a great image all those rippling green coins I hope everybody got their wish you said this is a great image but then will I have a photo of them this day has been so insane everything is happening too fast and none of it makes any sense these visions this power I keep expecting to wake up one more time but if this is a dream then I'm not asleep which means somehow I did rewind time so there has to be a reason and I have to find out why also it's was schon the craft was on the floor is on the floor interesting and garantiert nichts gewöhnliches I had to have it thought Hayden and um um umliegende Tussi okay with him can I not interact Brooke can I with Brooke interact doch könnte ich hallo wenn wir es mal sehen actually has a drone sie ist die in dem ganzen mit der Drohne rumfliegt hi Brooke let me guess you wanna fly my drone is that really yours? is that even legal? of course nobody knows about it yet isn't it considered a weapon of war? uh you read too many conspiracy sites this might be too complicated for you funny funny warrens said you were smart please step back das gefällt mir so nicht hi Brooke let me get I'd love to I love planes and balloons and this is neither do you know what a drone really is? a weapon right you read too many conspiracy sites this might be too complicated for you so funny warrens said you were smart please step back okay dann halt idee so dann reden wir einfach gar nicht mit dir I'm almost sure warrens hat das gleiche Bag es sieht ein bisschen nerdy suchen suchen wie ein komplikatorer Name für so einen kleinen Drone B400 okay ah warte hi Brooke let me guess that looks like a high fly drone model B400 EVO now that's a nice piece of tech you're full of surprises why would you know that? I love aerial photography drones are perfect for that especially those with great range it's a new era of images most impressive Max warrens said you were multifaceted here give the drone a whirl around campus huch kann ich die jetzt selber steuern oder warte ich mach mal nichts ne die fliegt selber ok kann ich mir das ganz einfach ein bisschen anschauen ich glaub das ist ganz cool sehen wir ein bisschen was davon oh Gott was soll ich treibst du damit Mädel oder kann ich die selber steuern vielleicht wow ne kann ich nicht ich kann nur sagen wow oh Gott ich kann nur sagen wann ich aufhören möchte wir sind aktiv na gut hm ich glaub wir werden hier nichts spannendes sehen oder? ich lass ihn noch ein bisschen laufen lass ihn wieder springen wollen ich weiß nicht ich müsste eigentlich den USB-Stick holen aber ach Gott ich kann einfach nicht loslassen und muss einfach alles erforschen muss gucken was geht ab ah ok das war glaub ich die Runde kann ich jetzt aufhören dankeschön dankeschön dann zieht sich und da hinten ist niemand da ist noch ein Eichhörnchen frag mich ob es hier irgendwie noch ein Foto gibt hier gibt es ja warte mal das ist hier zerbrochene Skateboard mit Zimmer das Eichhörnchen das was eine Cola-Dose trinkt ok schauen wir mal kann man davon irgendwas noch sehen Baum Baum ok hinsetzen ok erstmal Pause machen war anstrengend so bizarro to be back here after five years i thought i could just fit right back in at school but with all this shit going on i'm even more an outsider and who can I confide in besides my journal in my camera man these are supposed to be the best years of my life this is what it's like to be alone and feel lonely at once na dann tut mir schon leid erwachsen werden ist nicht immer einfach so ob ich da dann drum ist auf jeden Fall in die Treppe da werde ich wahrscheinlich runter können Flugbord vermissten Poster das kennen wir schon das ist eigentlich was Neues oder schon das ist es nur wieder an die Frage ist eigentlich wer wer sie ist jetzt schon sechs Monate verschwunden trotzdem gibt irgendwer nicht auf sie zu finden ich bin sicher dieses Poster hat Millionen von Bullies oh Gott zu für Informationen lebe in der Gegenwart Multitasking beschäftigt deinen Geist nicht deine Seele soziale Medien sind kein Ersatz für die Realität besuche das Buddhismuszentrum 380 Schrader Road Acadia Bay, Oregon stoppt das Mobbing niemand der mobbt hält sich für einen schlechten Menschen denk nach bevor du handelst wenn du Gefahr läufst jemanden zu mobben besuche www.thebully4u.org wir stehen hinter dir der Bibelkreis auf der Suche nach anderen Christen für Lesungen und Diskussionen danke und Gott segne dich achso danke und Gott segne dich so rum äh kontakt kate at the blackwellacademy.ed mal wieder huch Gott wie bist du Schild 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 Ach stimmt der war halt auf dem Park plötzlich ich muss ja ach ich kann ja auch Sprint also Sprinten anführungszeichen mich schneller vor dir bewegen Barad Justin kann gar nichts mit dir machen kann ich mit dir was machen Frage ist wie weit kann ich mich rausbewegen kann ich auf die Straße kurz interessieren ok 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 ich habe es kapiert wahrscheinlich komme ich hier nicht weg was ist hier noch komme ich hier wahrscheinlich nicht weg schauen wir uns das mal das machen ich kann jetzt ein Burger gehen oh ich fähre gerade auf ich habe Hunger auf der Suche nach Magie und Abenteuer wirft den 20-seitigen Würfel schließt sich das Spielgruppe der Blackwell Wissenschaftler an jeden Mittwoch im Wissenschaftssaal 15.15 Spielewoche wird noch angekündigt Basiswissen zu Spielregeln und Etikette her wünscht Cosplay und Mädchen willkommen hungrig das Two Whales Diner das äh der beste Burger Oregon okay wieder zum Flamisten Flamisten Plakat oh ach davon kann ich ein Foto machen machen wir doch direkt ein Foto ach das ist die der Mann mit dem Vogel ah ok schönen Tag buche ich was Neues nee ok halt verlassen kann ich ja nicht nochmal ansehen ja ja die Brains alles gut das schwimmsten Brust auf dem Boden ja gut dann in dem Fall würde ich sagen gehen wir wo jetzt zurück ins Wohnheim nein wo ist denn das Wohnheim warte mal da sind doch Schilder Dormitories diese Richtung Athletic Field Mine Building Dormitories also die Richtung da fliegt das Ding wieder ich kann auch wieder ein bisschen schneller machen Schild ansehen ich muss da gehen und warrens Flash Drive hoch hallo achso ach das linke Maustaste zu dem Wohnheim dankeschön ja dann machen wir das mal die Prescott Dormitory gut lord Nathans Familie ist das nicht gut ich glaube das ist nicht gut die beiden spielt Indiana hat das Totem glaube ich wer ist das überhaupt schau mal an Gott die drei Mädels oh nein Victoria will ich da wirklich hin wir machen jetzt mal ein Bogen drum rum hey Logan Robertson allamerican asshole ich würde mit dem Sprechen ich habe mich erst mal loben das Kate ist das Zachary Zachary always looks like he'd rather be throwing back a beer than a football okay was das klingt mhm glücklich zu sehen unsere Campus ist eco-friendly achso Kate also Kate 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 erst mal ansehen mhm sprechen wir mal mit ihr mhm 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 you okay I'm kind of overhumanity today sorry to be a drama queen is there anything Max I'd like to be alone if you don't mind I'm sorry mhm okay dann dann lassen wir dich allein ich würde aber genau das Totem interessieren ähm wo komme ich da hin ich kann es nur so von der Entfernung anziehen ist so Warren told me that Totem is named Tabanga for a reason nobody knows okay okay äh äh doppel mich rein will ich mit dem reden auf was passiert immer mal gucken ich bin neugierig Fußball Max big football step away okay die wollen nicht wirklich mit dem reden ich denke er wird auch nicht viel mehr sagen sagt er dazu okay na gut ich habe auch nicht viel von ihnen erwartet man steht da Rachel owes me money pay up bitch okay don't take it out on the tree loser nah mit dem Baum ich glaube hier gibt es nichts gehen wir zu hier wäre das nochmal Alyssa okay das machen sie ich fühle mich wie Alyssa und ich werde besser Freunde sein okay dann sprechen wir mal mit dir oh hi Max die wirklich begeistert was du lernst? Liebe heute oder sterbe forever nicht überhaupt nichts es ist ein bestseller was zu sagen guter Punkt jetzt wenn du mich entschuldigen okay okay ist ja gut muss ich ernsthaft an den Tussen verballen gibt es noch einen zweiten Eingang da gibt es eine Leiter da kann ich da hoch Sprinkler du denkst mit all der Reine hier in Oregon du brauchst du nicht die Läne water ich denke Blackwell muss die Läne und Plätze gut manikuriert gut manikuriert hi Samu good old Samuel some people are creeped out by him he's not creepy just ex-files weird okay dann read your moment team howdy Samuel well hello there you look busy Samuel I'm always up to something today it's sweeping then painting windows just don't paint over the posters for Rachel amber you can't color over that sunlight hmm you knew Rachel how can you know a prison you just stare and all now I have to go paint windows okay fahren wir mal ein bisschen weiter aus what was she like she must have been popular she was like a battery positive and negative what do you think happened to her best not to dwell on the past Samuel looks forward like a clock see later Samuel you know and watch your step around here max after I sweep I paint okay hoch Eichhörnchen 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 hallo this is going to be too damn cute at least it's on a cat picture Mmmm awesome das hier genau süß das ist echt putzig ups da steht auch noch was Make Art, not W ALL Ja gut, dann. Ist ja eine kleine Künstlerakademie hier. Komm mal da rein. Verdammt. Scheiße, muss ich jetzt wirklich zu den drei Tussen? Ich will nicht. But why? Okay. Ah, mein Max, da musst du jetzt durch. Da müssen wir durch. Ich hab jetzt schon keinen Bock mehr. Lass einen Farbeimer, kann ich nicht? Den nehmen und über die Trübe kippen oder so? Ja gut, okay. Ich glaube, ich muss mit denen in Turkey, oder? Erstmal anziehen. Oh, shit. There is Victoria and her mean girls. Äh, huch. Sorry, bin ins Mikrofon gestoßen. Oh, schau, es ist Max Caulfield. Das Selfie-Hall von Blackwell. Was ein schade Gimmick. Auch Mark, Mr. Jefferson, fällt für deine Waffe-Hipster-Bullshit. The Daguerrean Processor. You could barely even say that. I guess you got your meds filled. Since you know all the answers, I guess you have to find another way into the dorm. We ain't moving. Oh, wait. Hold that pose. So original. Don't worry, Max. I'll put a vintage filter on it right before I post it all over social medias. Now, why don't you go fuck your selfie? Oh, yes, Victoria. I'll get your bony ass out of my way. Oh, yes.